Friends. Hi. Okay, Freunde, das hier ist Rachel, eine Leidensgenossin aus der Lincoln High School. Seid bereit für einen Abend mit euren besten Freunden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Friends 25, das Jubiläumsspecial. Phoebe, willst du uns helfen? Oh, ich wünschte, ich könnte, aber ich will nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich spitz bin oder hungrig. Eine der beliebtesten Serien aller Zeiten feiert Geburtstag. Ich bin die Lokomotive und du lässt dich einfach von mir ziehen. Ach, wenn du wüsstest, wie lieb ich dich habe. Richtig, ja. Friends 25, das Jubiläumsspecial nur im Kino. Staune auch, glaub mir. Hey, wir sehen uns dann nachher. Jetzt Tickets sichern. Jetzt Tickets sichern. Untertitelung des ZDF, 2020